So, mal schauen, ob wir auch Ton und Bild haben. Ja, jetzt wieder alles am Streiten. Na, zeig ich mir mal was. Na ja, gut, wir haben Ton, wir haben Bild, super. Perfekt. Okay, dann können wir loslegen. So, das wird nämlich heute der letzte Stream, oder der einzige Stream für diese Woche. Ich habe jetzt die letzten drei Tage damit verbracht, ordentlich aufzuleveln. Wir haben jetzt Rocket Town verlassen mit der Tiny Bronco und werden uns jetzt erstmal nach Mutai begeben. Und da hat die Biophia auch noch so das eine oder andere zu erledigen. Das speichern wir erstmal. So. Zap, zap, zap. Gut. Und ja. Das wäre das. Und ja. Das wäre das. Cool. Ich danke dir. So. Gut. Dann hätten wir uns da geeinigt. Und kann nicht mehr loslegen. Oder auch nicht. So. Jetzt muss ich mich erstmal wieder daran drehen, dass ich selber die Haken gießen habe. Ich hoffe nämlich jetzt beim Off-Screen-Leveln die ganze Zeit die Zorn ist drin, ne. Angelegt. Dadurch haben die natürlich selber dann einfach drauf gehauen. Und ihr könnt auch schon sehen, ne. Ich habe hier echt ordentlich reingeklotzt. Wir haben jetzt mit Cloud Level 99. Aeris hat ihre große Wache drin, ne. Und mit den anderen bin ich jetzt auch schon bei mindestens drittes Level. Ich glaube Red hat sogar schon sein viertes Kosmos-Gedächtnis drin, ne. Ah. 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 So. Jetzt muss ich aber die Truppe mal noch ändern, weil Juffy verschwindet ja eh gleich. Erwartungsgemäß. Ah. Wer nehmen wir denn jetzt mal rein? Also Aeris hat jetzt alles voll. Die brauchen wir eigentlich so nicht mehr. Das heißt wir könnten eigentlich tiefer reinnehmen. Und Barret. Das. Ja. Doch. Das machen wir mal so. Das machen wir mal so. Über die Materie muss ich mir jetzt im Moment eh keine Gedanken machen. Ihr werdet doch gleich sehen warum. Oder die meisten von euch wissen wahrscheinlich schon warum das so ist. So. Gott. Die bekommen wir ein Stück vor. Der auch. Die können jetzt alle mal ordentlich. Äh. Die halten halt aus. So. Gut. Das wäre das. Jetzt müssen wir uns nur noch Gedanken machen. Äh. Äh. Ja. Das haben wir jetzt eh nicht. Kraftarmband kann sie behalten. Gut. die Materie ist nach wie vor drin. Dann. Gucken wir mal bei Barret. Der blöde Bohren. Der stört mich schon die ganze Zeit. Vulkan Blaster. Oder Feinschleuder. Feinschleuder war nicht so gut. Dann nehmen wir mal den Vulkan Blaster. Und der hat den Furienring noch drin. Das ist natürlich Mist. Gut. Und jetzt geht's an Cloud. Gott. Der hat das Yoshiku. Das fehlt uns jetzt das Superschwert noch. Äh. Dann müssen wir nachher ein guter Teil dann noch gucken, ob wir das kriegen. Lass mal abdringen. Lass mal abdringen. Lass mal mal drinnen. So. Jetzt aber. Gott. Und da kommt's auch schon angehüpft. Ja. Was zum Henker ist denn los mit dir, Jofi? Ich kenn diese Gegend ziemlich gut. Ja. Das glaub ich dir, dass du die Gegend ziemlich gut kennst. Das glaub ich dir sogar, dass du die Gegend hier kennst. Du hast was vor, hä? Jofi. Nein. Das ist wirklich schwierig. Da sind sie. Er greift sie. Und da kommt auch schon. Schindler. Schindler. Äh. Schindler. Was heißt hier damit? Du hattest also was vor. Ja. Schnapp, schnapp. Schnapp, schnapp. dann ist dieser kampf ja sehr schnell vorbei wunderbar gerade doch noch mal so derzeit machen das einstellen die materie ist weg und wo ist juffi ist auch weg natürlich diese verfluchte gehöre schon wieder voller mauskasten genau wir verfolgen jetzt wird ein ziemlich lustiger jetzt also jetzt wirklich unsere gesamte materia gemobbt ist natürlich nicht lustig aber das gute ist dass Barrials im Cloud immerhin schon das höchste Level erreicht haben da können wir jetzt nicht so einfach machen da rennt sie auch schon das kleine wir sind völlig ausverkauft was hier nein da ist ein Muster ja ein Muster ja genau wir kommen wieder ja genau wir kommen wieder so wo war denn das hier ach schau an wie kommst du denn hierher wie kommt ihr denn hierher egal man könnte meinen das Schicksal ist zusammengeführt bereite dich auf deinen Tod vor ich mach mir so was von in die Höhe ins Höschen vor angst ganz cool kalt schnäuzig wir machen Urlaub und erholen uns von der Arbeit genau jetzt ist unser Urlaub vorhin jetzt aber 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 sogar das bier schmeckt schlecht und so licht sehr Oh, Angst. Tja, so ist das. Aber damit haben wir leider immer noch nicht so viel gefunden. Oh, wo war die denn, wo war die denn? Hier, oder? Ah, MP Absorvation. Und da schnappt sie sich jetzt auch. War klar. Ah, dieses verfluchte kleine Gör. Wenn ich sie erwische. Erwischt. Erwischt. Ist wirklich flink, ne? Moment, da draußen wackelt auch was. Genau, versperrt meinen Weg hier. Ja, besser ist das für dich. Er macht tatsächliche Ferien, genau. Äh, was, 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 was? Dann lass uns doch in Ruhe, Mensch. Dich anzusehen, nüchert mich schon aus. Mhm. da schweigt da das nimmt sie sich nicht ab ja die gute länder da 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 ouch oh man die kann einem aber echt auf den Geist gehen die gute Jophia ja ich weiß hier gibt es ungewöhnlich viele Sachen die man sehen sollte ja 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 Ja, wahr. Und ja, bei der S-9. Ha, Na, Boo! Und hier müsste normalerweise eigentlich doch Juffis Vater rumspringen. Doch nicht. Irgendwo war doch hier irgendwas. Ja. sehr mysteriös Ah, ich habe zu Die Lache kennen wir doch. Natürlich. Don Garnier. Der Don. Ich bin wieder auf der Suche nach einem Mädel. Und der hat Elena natürlich auch. Soviel zu dem Thema. Sie kann auf sich aufpassen. So. Dann gab man noch die Kisten hier. Gewitterblitz. Und Elixier. Und sonst war hier nichts mehr. Entschuldigung. So. Da ist der. Cornelia, lass dir nicht in den Kommenten. Genau. Tja, sieht schlecht aus für dich, Cornelia. Was willst du jetzt machen? Das war so klar. Und tschüss, Jungs. So. 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 Tja, eine Allianz. Unter Feinden. Der Feind meines Feindes. Ne. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Oder wie war das? Oder war das? Der Feind meines Feindes ist mein Feind? Das ist der Ort, der am meisten auffällt. Ach, Reno. Welcher Ort könnte das wohl sein? Welcher Ort könnte das wohl sein? So. Ich kann es diréis, ich' auch nicht. Schöner celebrate. Genaros. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ach, was für ein Ausblick. Hier wird man unweigerlich wieder an das Intro von Stormblood erinnert, von Final Fantasy XIV. Was auch ziemlich geil war. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Soll ich ihr geben? Hat er die Bürste dran gekriegt? Ja. 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 was denn von materie ist ganz schön knackig und darum die kavalerie oh du ernst da du tust uns so leid warum hast du meinen kleinen raps das soll da eigentlich abzeichen oder rechts umgebracht und die große raps oder was und da ist auch schon weg der raps mit einem habs ist er weg der raps ich liebe es ich liebe es ich liebe es aber so was von halt 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 smile aber leider nicht verdammt so was aber aus hat er uns aber nicht was machen wir bloß jetzt na wie würde Captain America jetzt sagen kein Kraftausdruck gebaut also えっ aus es auch es 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 Ja, stimmt ja, die Shirts haben ja auch noch eine Rechnung offen mit dem. Gutes Timing Road. Ganz falsch. Und da lässt es dann fallen. Wie kaltmütig. Tja, jetzt gibt es Tomatensaft da unten. Die richtige Antwort ist. Weil es unser Jopper ist. Ich werde keinen Schmessling erinnern. Ich werde keinen Schmessling erinnern. Ich werde keinen Schmessling gesessen. Ihr denkt, was macht gut. Aber ich werde keinen Schmessling mit dem. Da war esstones, ich werde keinen Schmessling wenn du einen Menschen caught. Ich Staat mir offspring. Aber ich werde noch nie 부�empad. Andreas, Jäbel sei das, das vielleicht gar nicht so. Er war muito fliegt oder mysteries. Aber dann möchte ich meinen pocketitorings anfangen. Vielen Dank. 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 So. Vielen Dank. So. So. ... 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 Hier gab es auch noch irgendein Feindeskönnen Fähigkeit die ich auch noch kriegen muss aber das ist jetzt mal im Moment nicht so wichtig wie gesagt die kriegen wir später auch noch ja war doch klar dass sie dafür auf die Birne hauen die haben leider nicht viel übrig für Scherze wir verkaufen jetzt was die alle substanz genau und dann wieder ab ins cold saucer es juckt mich ja echt den Fingern doch hier noch direkt in die battle arena zu gehen aber ich glaube die ohne schleife bringt dann eh nicht viel und für clouds ultimative Waffe muss man da glaube ich 56 statt 40.000 punkte machen natürlich auch jetzt nicht so dass was naja egal wir gehen jetzt einfach mal rein so der Schlüsselstein und da kommt Dio kannst du mir den ausleihen kannst du mir vielleicht dein DVD-Player leihen tut mir leid, er wird nicht verliehen aber weil du in der Vergangenheit so gut zu mir warst was 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 war es war mir kann ich dir ihn zu einer zu welcher unterhalte mich ach du scheiße war klar war so klar wahrscheinlich Knüppel aus dem Sack halbe Geschwindigkeit das ist ja naja was war wartet euch werde ich heim Oh Mann! Zack, Zack! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich hab' kein Gegenmittel mehr oder was? Oh Mann! Oh Mann! Ich verliere hier gerade. Natürlich nicht so gut. Oh verdammt, wir haben verloren. Naja, okay. Versprochen, das ist versprochen. Ja, das war natürlich nicht so. Schade. Das war schon fast zu einfach. Ja. Ja. Es tut uns furchtbar leid, die Bahn. Ach ne. Echt? Die Bahn ist außer Betrieb. Ist ja was ganz Neues. Ja. Es tut uns furchtbar leid, die Bahn. So, genau, geh du mal ins Hotel und dann übernachten wir und dann hoffentlich haben wir dann ein Date mit Barrett. Oh, jetzt kommt erstmal noch eine Rückblende, genau, ja, Sid war auch dafür, natürlich, und Vincent auch, ja, Barrett kriegt sowieso nichts mit. Wir folgen Sephiroth. Sephiroth sucht wohl das verheißene Land. Tja, ob es wirklich existiert? Wahrscheinlich nicht. Aber dieses verheißene Land ist etwas ganz anderes, als ihr euch das vorstellt. Hm, C3, ist das eine Krankheit? Das ist das verheißene Land, ja. Das ist das Verheißene Land. Äh, nachts irgendwann besoffenen Rausch, wahrscheinlich ins Tattoo-Studio gelatscht. Jetzt muss ich erstmal das Fenster zuwärts zieht's doch eigentlich ganz schön wie Hechtsuppe hier. Hojo hat sie gemacht, alle anderen sind nur Kriegswunder, die Zahl hat Hojo gemacht. Ja, und die meisten davon haben wir auch alle schon getroffen. Na ja, das war nicht nur Hojo. Ja, alles ist so verflugt kompliziert. Meine Intelligenz-Materie für Barrett, bitte. Aber auf Master, sonst bringt das nix. Was war das denn, plötzlich? Na klar, Jufi. Du würdest es nicht verstehen, wenn ich dir erzähle. Nein, du bist garantiert nicht wahnsinnig. Sei stark. Hör auf, sei stark. Sei stark. Schlimmer als ihr denkt. So, hier können wir uns, glaube ich, auch noch ein Wutai-Plakat schnappen. Ja, das hätte ich schon eingefrennt vom Gold-Laber. Wie geil. Nein, ich will nicht mit dir. Nein, ich will nicht mit Ares auch, Leute. Muss ich das nochmal machen, um den Erfolg zu kriegen. Nein, ich will das nicht. Und ich wollte eigentlich das Date mit Barrett. Oh Gott. Was war das? Was war das? Was war das? Ja, Mariel. Sauberer. Ja. Ah, willst du euch zugucken, du Schweinchen? Na? Ja. Dieses Stück ist ja eine Katastrophe. Ich drehe durch. Haha. Klatsch. Nein, ich will nicht mit dir zu der scheiß Gondel gehen, du blöde Zipper. Oh Gott. oro. Das ist schon fast. Na ja, das müssen wir auch noch erledigen, das Chokoborren, oder besser gesagt, die Chokoborren. Das wird auch noch mal interessant werden. Ist das hübsch, ja. Mein Gott, was war das damals, eine Grafik. Das war der absolute Börner. Haben hier Baumplätze gestaun damals. Oh, was ist denn? Ja, wen könnte sie wohl meinen? Aye. 8 Wintermeldungen. Vurんな�rett billigas. Spätsch. Spätsch. Nein, ich will mit Baradoss gehen. So, und jetzt wollen wir eine böse Überraschung erleben. Der Verräter. Und die wilde Hartz beginnt. Das war falsch. Ach, dieser Hetzjagd, die liebe ich ja echt wie. Sonst was. Der Verräter. 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 Ich weiß schon, wer das ist. Blah, blah, blah. Er hat noch ein Ass im Ärmel. So niederträchtiges Stück Scheiße. So niederträchtiges Stück Scheiße. So niederträchtiges Stück Scheiße. Aber dafür wird er bezahlt. So niederträchtiges Stück Scheiße. So niederträchtiges Stück Scheiße. So niederträchtiges Stück Scheiße. So gut. Ja genau, dann bis später. Hier kann ich jetzt eh, glaube ich, nichts holen. Hier kannst du nämlich nur mit GP bezahlen. Die haben wir noch nicht. So. Gut. Ja, das Date haben wir leider versaut. Das wird wohl nichts. Schade. Dann muss ich dann nochmal irgendwann wiederholen. Dann können wir eigentlich im Grunde genommen jetzt direkt abhauen. Dann mach ich dann irgendwann mal später aufscreen. Dann mach ich dann weiter. So niederträchtiges Stück Scheiße. Dann mach ich wieder mal zu demipple. Dann mach ich die Höiße. Dann mach ich das auf zumachen. So. Gut. Lass mal grad schauen. Materie. Sie hat Analyse drin. Extra-HP brauchst du auf jeden Fall. Und dann, ja. Ah. So. Extra-HP. Extra-MP. Okay. Oh Gott. So. 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 Ich muss daran denken, dass ich hier die Materie noch abnehme, bevor wir in die Dings gehen. Jetzt müssen wir eh erstmal buddeln. So. Ja, ich weiß nicht. so sind die tiny bronco geparkt also nach osten wir müssen zum osten jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt wir mussten nach oben meine ich wohl wir mussten nach oben hier muss mal hin genau Genau. Jetzt ziehe ich erst mal auf den Bauch. Der Tempel des alten Volkes. Ich weiß es, ich fühle es. Die Kenntnisse des alten Volkes sind hier. Verabbel, verabbel, verabbel. Ich mache das. Jetzt haben wir wieder einen von den Umhangtypen. Und da ist er weg. Sieht aber nicht gut aus, Junge. Sieht aber nicht gut aus. Sieht aber nicht gut aus. Tja. Na schön, dann betreten wir mal den Tempel. Ab jetzt. Jetzt geht dieses Schreiberspiel los. Wir schaffen das, genau. Oh. 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 ich kriege ich auch noch was ablust kapseln sehr gut jam jam ich habe das sprechen verlernt die silberbüchse wir müssen uns jetzt erstmal ausruhen genau so ich muss hier was kaufen oh hyper hyper ist gut ich hoffe man hat mal ganz viel von selbst kommen wir mal 3 ich zwar hoffentlich nicht brauchen aber muss ich bei dem jetzt auch speichern ja oder packen wir mal separat hier hin so wie geht es jetzt weiter wie ging das jetzt hier weiter jeden schlag im tempel finden wir die ganzen alten ganzen witz also es gibt das ist aber jetzt auch irgendwas weil ich wieder nicht gesehen habe was gekriegt haben so viel noch weiter so Es geht das Jäger aus. Ah, ich liebe euch Bescheidlichkeitssachen. Morph, wir haben unsere Morph. Substanz, das ist falsch. Puh, das war knapp. Ach, näher, oder? Wieder zurück. Bewusstsein, eine lebende Seele. Da wird man noch gleich selig. Nicht reinfallen, oder? Was ist los? Was, was, was? Ein böses Bewusstsein, wer soll das wohl sein? Zeigst du es mir? Natürlich zeigt es mir. Es ist... So. Oh, 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 oh. Ha 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 ha. Er steht doch auf sie. Achtung hinter dir, Zeng. Ach, das habe ich schon gemerkt. Sefirot. Du hast das die Türe eröffnet, gut gemacht. Was ist das für ein Gebäude? Ein Raum voller Wissen. Die Weisheit des alten Volkes. Ich werde eins mit dem Planeten machen. Ihr dummen Narren, habt ihr nie daran gedacht? All die spirituelle Energie dieses Planeten. All seine Weisheit, seine Kenntnisse. All das nehme ich auf. Ich werde eins mit ihnen. Und sie, sie werden eins mit mir. Du kannst das? Hier geht's lang. Autsch. Euch alle erwartet der sichere Tod. Aber fürchtet euch nicht. Denn durch den Tod wird neue spirituelle Energie geboren. Alsbald werdet ihr wieder leben. Als Teil von mir. Muahahahahahaha. Oh. Alter Vater. Der ist echt total durchgeknallt. Und dann ist das. Wir sollten jetzt langsam mal los. Und fast da. Wir machen es fertig. Genau. Wir machen es fertig. Genau. Wir machen es fertig. Wir machen es. Wir machen es jetzt nicht mehr. Ach, wir haben ein Lieblings. Mein Lieblings-Une. So. wo ich jetzt hier unnötig unnötig zeitverfremdbar guck ich jetzt gerade mal ja ich habe mir gern diese runden aber gut müssen wir jetzt noch schmerzen das würde das nicht mitkriegen super die batterienkontrolle sind gleich leer geil darauf freue ich mich schon den ganzen tag darauf freue ich mich schon den ganzen tag noch mal kurz ablegen so 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 jetzt aber jetzt aber der schlüsselstein indianer cloud und hemmel des alten volkes sehr interessanter titel so silbergewehr haben wir dreizeck haben wir raketenschlag haben wir glück plus haben wir noch nicht insgesamt könnte in diesem abschnitt netter geist dreizeck glücks plus verdammt das heißt wir müssen noch mal zurück ja wir müssen noch mal zurück wenn der tempel nämlich gleich verschwindet komme ich da nicht mehr ran das heißt wir müssen uns das jetzt holen die frage ist wie kommen wir da hin wie kommen wir an die verdammte truhe da oben ran ich hab's vergessen so 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 wie kommen wir da jetzt hin so wie kommen wir da jetzt hin es gab mal übelst überfragt es gab mal übelst überfragt es gab mal übelst überfragt aber die glück plus materie brauche ich auf jeden fall also muss ich da irgendwie rankommen jedes mal ich mache diesen tempel bestimmt schon zum zehnten mal und trotzdem vergesse ich jedes mal wie man da rankommt jetzt ich jetzt ich Ah ich ich die ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist die stärkste Waffe, die wir jetzt haben, gut, die können wir direkt mal ausrüsten, sehr gut, haben wir nämlich hier auch noch Platz, weil wir ihn mal nicht brauchen, weil wenn ich gleich eh gegen sie kämpfe, naja, so, jetzt müssen wir auf 5 Uhr, lieber darauf aufpassen, dass einer der Sekundenzeiger nicht erschlägt, ganz wichtig, so, gut, jetzt gut, immer schön auf den Sekundenzeiger achten, weiter, zap zap zap, und da müsste die Schleife drin sein, Schmuckband, das haben sie schon wieder umgenannt, ach, den sollte man noch, so, jetzt fehlt nur noch die Tompetengranate, und das Mega Alex hier, gut, gut, die wir auf 7, und die auf 8, 5, 6, 7, 5, 6, 7, so, jetzt müssen wir den Sekundenzeiger aber trotzdem mal vorbeilaufen, weil es ist mir zu gefährlich, so, jetzt müsste es das Mega Alex hier noch sein, ja, okay, dann die Schleife, wir haben durch Ziffer 6 raus, Ziffer 6, das ist 8, 7 und 6, da müssen wir raus, da müssen wir so, und schon wieder so ein Versteckspiel, da werden wir nicht drüber lachen, glaub mir, jetzt auf haust, Da springen wir jetzt wieder rum, oder was? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. So, speisen wir noch mal. Wo komme ich jetzt hier nach oben? Wo bist du, Sefirot? Da ist er. Halb. Ich bin immer an deiner Seite. Komm. Oh, ist nicht. Ein Raum voller Wissen. Ja, das sagtest du bereits. Ich verstehe nicht, was du sagst. Also langsam wollte ich bei dir aber Klick gemacht haben. Sieh genau hin. Wohin? Das, was das Wissen des alten Volkes mehrt. Ich werde eins mit diesem Planeten. Das sagtest du auch schon. Wiederholst dich. Mutter, gleich ist es soweit. Bald werden wir eins. Wirst du eins mit dem Planeten zu werden? Das ist ganz einfach. Wenn der Planet verletzt ist, sammelt er spirituelle Energie, um die Wunde zu heilen. Wie viel Energie sich ansammelt, trägt sie sich nach dem Ausmaß der Verletzung. Was würde bei einer Verletzung passieren, die für den Planeten lebensgefährlich ist? Stell dir vor, wie viel Energie sie dann ansammeln wird. Und ich werde mitten in dieser Wunder stecken. Die grenzenlose Energie wird mir gehören. Indem ich mit der gesamten Energie des Planeten verschmelze, werde ich zu einer neuen Lebensform, zu einer neuen Existenz. Ich werde mich mit dem Planeten vereinen und nicht mehr in meiner bisherigen Form existieren. Gott ist das ein kranker Schwachkopf. So werde ich als Gott wieder geboren. Herrsch über alles Seelen. Ha! Hades! Hattes! Eine Verletzung, die ausreicht diesen Planeten zu zerstören. Planeten verletzen. Unglück vom Himmel. Der ultimative Zerstörungszauber. Meteo. Das wird niemals geschehen. Mach auf, Cloud. Es ist bereits längst geschehen. Autsch. Cloud, mach auf. Schwarz Materie. Ah, jetzt steckt er wieder in ihm drin. Und der Sau. Cloud, Cloud. Ich bin Cloud. So. Sein oder nicht sein. Das ist hier keine Frage. Mach dir bloß keine Sorgen, ja. Das ist nur ein leicht Persönlichkeitsschub. Nein, es ist doch nicht. Nein, es ist doch nicht. Das ist auch nicht. Ich bin Cloud, Cloud. Ich bin Cloud, Cloud. Ich bin Cloud. Oh. Und es geht los. Nein, er ist es nicht. Und tschüss. Meine Fresse. Ich daran denke, dass ich früher über den echt Probleme hatte. Und jetzt geht man einmal so gerade durch den Dürfen und gerade dann. Es ist herrlich. Und das Drachenarmband haben wir bekommen. Das ist schön. Und eine Materie. Das müsste Katja sein, oder? Nee, nee, nee. Das kann halt Katja sein. Das Bahamut, genau. Bahamut, ja. Und da kriegen wir auch direkt einen Erfolg für. Herz allerliebst. Schwarze Materie. Ja. 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 Habt es endlich geschnallt. Der Tempel ist die Materie. Ups, das mag er wohl nicht. Hm, Houston, wir haben ja ein wenig Übersetzungsprobleme. Könnten Sie das wohl mal wiederholen? Siehste, ich dachte doch, der Tempel ist die schwarze Materie. Schwer vorzustellen, ne? Last, ne? Statt löst schreibt man natürlich last. Natürlich. Ihr bezahlt diesen Schwachkappen zu viel für die Übersetzung, Leute. Definitiv. Ja, das ist natürlich eine schöne Sicherheitsfalle, ne? Wie sie es hier eingebaut haben. Wenn man die Materie haben will, muss man dafür sterben. Kannst du das Rätsel nur im Tempel lösen, genau. Im Tempel zerquetscht. Lassen wir es einfach. Genau, tiefer. Wir lassen es einfach. Nein, wir müssen eine Möglichkeit finden. Es muss einen Weg geben. Stimmt, Sefirot hat jede Menge Helfer, die bereit sind für ihn zu sterben. Das ist ein Weg geben. Ha, der ausgestirbte Graber von unserem lieben Kate Zephyr. Na ja, das kennen wir ja schon. So, dann mal raus hier. Äh, nein, 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 das, ah, verdammt, das war Mist. Verdammig. So, hier nochmal speichern. Ne, wir hauen direkt ab. Äh, Ziffer, Ziffer, Ziffer 9 war, glaube ich, der Ausgang. Ziffer 9 war, glaube ich, der Ausgang. Oder? Ach, na ja, es kommt ja noch das, mit der sich verschiebenden Wand. Und, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Oh. So, mal sehen, wie viele Schläger wir jetzt für den brauchen. Verdammt, Nauer, bin ich gut. Jetzt habe ich natürlich vergessen, jetzt hätte ich vielleicht sogar mal was beklauen können. Na ja. Na, dann können wir dich mal. Ich verstehe zwar kein Wort von dem, wie du gesagt hast, aber okay. Na ja, sag uns doch nochmal die Zukunft voraus, genau. Oh, wie kann man in so einer Situation, bitteschön, an so einen Schwachsinn denken. Oh Gott. Ab die Post. Das ist nicht gut, ich kann es nicht sagen. Arme tiefer. Ihr seid wie viel mehr gemacht, oh Gott. Eiweih, na ja, wir wissen ja, wie das endet. Ach, Leute, es ist doch nur eine Plüschpoppe. Schwein gehabt, Junge, ne? So, dann sagen wir jetzt mal alle, tschüss, Kate, Ziff, mach's gut. So, dann gucken wir ihn auch gut. Nein, der hat die Materie ja noch drinnen, ach na ja, erfrüßt, ich brauche jetzt einfach mal das Video, nein, da ist er einfach verschwunden. Naja, ganz so leicht wird es dann doch nicht, Leute. Na, das ist gut, dann kann Daryl sich schon mal nicht einsetzen. Das heiße Land. Naja, und sie geht dann genau los. Ja, ganz schön spät dran, oder? Ja, 1737, der wollte eigentlich viel früher anfangen, glaube ich. Oder? Was hat er denn gesagt? Was hat er denn gesagt? Ja, wollte eigentlich 1615 bis 1815. Biss aber ganz schön spät dran, mein lieber Aule. Jetzt wird es aber Zeit. Warum braucht der denn für ein halbes Hähnchen? Aber bestimmt wieder die Elgato, die am Rumpfpacken war. Da täuscht dich mal nicht. Aber er hat es gefunden. Na ja, erst mal weit überlegen, ja klar. Und bald werde ich die Zukunft erschaffen. Ich muss das nicht zulassen. Die Zukunft gehört nicht dir allein. Oh ja. Mein lieber Junge, mein lieber Cloud. Gib mir die schwarze Materie. Tja, das ist eine ziemlich dämliche Sache, ne? Was hab ich getan? Oh mein Gott. Na, tiefer rennt da oben, wo mir so ein aufgescheuchtes Hut. Jetzt dreht er vollkommen am Rad. Und da kommt Katesift 2. Und da kommt Katesift 3. Und da kommt Katesift 3. Und da kommt Katesift 3. Katesift 3. Das stimmt, ich hätte ja auch geboxt. Sie will sich um Seefjord kümmern, das war jetzt zu bezweifeln. Wie wusste es also von Anfang an? Ob das so eine gute Idee ist? Ich glaube kaum alles. Das ist wahrscheinlich der Planet, der dich fühlt. Ich glaube kaum alles. Ja, er weiß es schon. Ich glaube kaum alles. Nicht nur in der Tinte, es ist weitaus schlimmer. Genau, gehen wir. Dann hat er wieder Angst, dass er ausrasten könnte. Oh, Barry, danke. Du bist eine große Hilfe. Endstation, alles aussteigen, bitteschön. Wenn das so leicht wäre. Menschen werden depressiv, weil sie nicht wissen was Sache ist. Ja, wir haben ja eh keine andere Wahl. Natürlich glaubt ihr an mich. Zeit, keine Zeit für Selbstzweifel. Ich hab's nicht in meinem starken Kopf auf. Ja. Das dachte ich schon. du hast recht er hat recht oder hat er recht ja er hat ist natürlich wieder da ist die teilen ja die frage ist nur wo müssen wir jetzt hin wo müssen wir jetzt hin so bauen wir jetzt müsste nördlich von mit grad sein nördlich von mitgaben die frage ist bloß wie komme ich dahin muss hier irgendwo ein weg geben da ist kalt wir müssen irgendwie hier genau hier hoch genau hier müssen wir hin so gut da ist auch schon das begrüßungskomitee meine herz und schön energie da hält ganz schön was aus nicht schlecht suchen wir erst mal nach der mondharfer so 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 Untertitelung. BR 2018 Das meiste kannst du hier eh nur nach der Beschwörung vom Meteor finden. Substanz 2, CD3, NTM, Elixier, Limit-Anleitung, Katastrophe auch erst auf CD3. Nach der Beschwörung vom Meteor haben wir schon, die Mondrafer haben wir auch schon. Den Mob, den Mob, den Mob. Ja genau, auf dem Kreuz, den können wir noch finden. Ah, Substanz stehlen. Die haben wir ja schon. Ne, dann gibt es hier wirklich nichts mehr für uns zu holen erstmal. So, gut, dann ziehen wir direkt weiter. Dann ziehen wir direkt weiter. Oder vielleicht speichern wir vorher nochmal. Wir wollen ja auch Katja noch haben. Müsst es ja eigentlich auch hier jetzt geben. So, wir haben gerade nochmal einen Blick auf Discord werfen. Das ist nicht. Wir haben einen neuen, einen Neuzugang. Das ist ja schön, wir kommen, Cheetah Momo. Oh, schon wieder im Kingdom Hearts Charakter, auch Leute. Naja. Soll uns jetzt erstmal nicht interessieren, soll. Wir haben jetzt noch ein bisschen was auszurüsten, hier. Erstmal direkt da Drachenarmband oder Diamantreif. Ah, 58, 57. Das Zauberabwehr steigert natürlich immens. Und hat auch mehr Slots. Na, was war denn immer noch mal das Drachenarmband? So, dann kommen wir nämlich hier jetzt noch. Bahamut reinpacken. Bahamut. Und, äh, oh, den haben wir jetzt auch schon auf, Dings. Den können wir jetzt auch noch da reinpacken. So. Und den Arbeitshandschuh, der hat aber keine Fassung. Allerdings macht er doppelt Schaden. Ne, das ist, ne, 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 ne. Das lassen wir mal. So, dann krieg ich tiefer jetzt noch. Morph. Genau. Das ist gut. Oh, was könnten wir denn immer noch geben? Hat er jetzt Hybrid und Chiba? Oh, das Stoß. Analyse, Raub. Gegenangriff, hat er Gegenangriff schon drinne? Ne, dann packen wir mal Gegenangriff wieder rein. Genau. So, dann speichern wir erst mal. Ach, ne, das hat man ja schon. Stimmt ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich Katja kriege. Oh, hier schwört es nämlich rum. Der schlafende Wald ist aufgewacht. So was aber auch. Los, Los, Los. Ha, ich bin wohl erwischt. Uyata, genau, nicht Katja, Uyata. So, das hätten wir auch, wunderprächtig. Und hier gibt's direkt die Arbeit. Barrett macht dich schon am Alleingang fertig. Da haben wir das Wasserarmband. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und irgendwie, ja auch. Ach ja, die Zeit fliegt dahin. Wir fliegen jetzt. So. My next well. Oh. Ja. Okay. Genau. Ja, war wohl nix, Junge, ha? Ja, das schmucke Wand, das uns schützt, da muss ich keine Chance geben. Ja, mal schauen. Gab es jetzt irgendwas, das wir nur noch auf CD1 kriegen? Eines kann... ... 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 Silberne Megafon. Ah, der braucht ja eigentlich eh keine Fassung. Der Mann drauf. Zack. Durch den heißen Umhang. Was hat der jetzt noch drin? Gebitte. Wurscht. Wurscht. Das ist Wurscht. Materie auflöpfen tue ich sowieso nicht mit dem. Aber sein Limit müssen wir, glaube ich, noch erhöhen. Limit hat mich auch erst Duk 1. So. Gut. Bum, bum, bum. Na, na, okay. Platinspang, Silberspang, Sagerklappe, Haarnadel. Hat auch keine Fassung. Der Serapin kam 68, 110. 50. Goldspang. Kann ich mal fast sagen. Ja, Mitre, Krib oder? Silberspang. 40. Ah, ich tendiere fast mal zum Serapin kam. Das kann so bleiben, so. Der hat das Gewitter drin. Der hat Leben drin und Zeit noch. Das ist alles nicht so existenziell. Da muss man ja noch aufleveln. Juffi hat 88. Ist wurscht. Sitz, 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 Sitz. Wir müssen eigentlich noch Sitz auf. Mindestens aufleveln 90 bringen. Der Barrel ist eh schon aufgelevelt. Ohne Lanze. Ah, was können wir denn da noch? Schwertkraft. Fliehen. Hab ich das? Keine Ahnung. Verwandlung hab ich auch schon auf dem Master. Ja, der hab ich auch schon auf dem Master. Zweimal sogar. Kälte hab ich auch schon auf dem Master. So, Zusatzwirkung kann ich mir so da oben eh nicht reinpacken. Alle. Todesstoß. Analyse hab ich eh schon zigmal. Kann ich demnächst mal noch verkaufen. Fernangriff braucht er nicht. Schutz. Muss auch noch auf. Das wird erpacken. Mal lieber HP MP rein. HP MP. Luftfluss muss auch noch aufgelevelt werden. So. Da haben wir hier noch Odin drin. Den hatte ich aber auch schon auf dem Master. Den hat glaube ich Winst. Den Setti. Wer hat ihn gekriegt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Irgendeiner hatte doch jetzt Odin. Sehr guter. Tauschen. Gucken wir mal. Oh Gott, bitte sag mir, dass Eris jetzt nicht Odin hatte. Nein, sag mir bitte, dass Eris jetzt nicht Odin drin hatte. Dann drehe ich hier im Rad. Ne, den hat. Ah, den hab ich drin. Gott. Puh, Schwein gehabt. Jetzt hab ich echt gerade ein bisschen Schiss gekriegt. Ich weiß nicht. Die kann man schissen. Ich weiß, was er nicht zufrieden hat. Todesstoß, Zusatzwirkung, Schokoboku, da haben wir auch schon aufgelevelt, ich stell jetzt mal noch Titan, so, gut. Übrigens hat er auch nur den Megasprung, so, und wir sind drin, wir sind drin, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ja, ja, so, okay, Haus, Speicherpunkt, das ist gut, und Zauberkapseln, das ist gut. So, ich glaub ich überschreib jetzt einfach mal. Hier gibt's jetzt alles nix weiter. So, hier war der Rundgang. Ohr-Armband. Gehen wir jetzt erstmal nochmal zurück. Ich hab's hier gar keine Gegner. Wo sind die Gegners, wo sind die Gegners, gibt's hier gar keine Gegners. So. Hier hat man noch ein paar Häuser. Also die Tetra-Architektur ist nicht meins. So steht schon mal fest. So steht schon mal fest. Das ist hier. Nein, wir rufen uns jetzt nicht aus. Und hier hat's die letzte Feinde, das Köln-Technik, genau, äh, Materie. Die können wir dann direkt auch wieder ausrüsten. Ich glaube, Zit hat noch eine frei. Ich kann wieder die direkt mal nehmen. So. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Ja, so ist das. Ja, so ist das. So, jetzt stehen wir im Grunde genommen unweigerlich vor dem Ende. Ich muss noch mal schnell in der Feindsgrünliste, ob es noch irgendwas gibt, was ich mir jetzt holen muss. Ja, so ist das. Da gibt es später auch einen Nordkrater. Ja, so ist das. 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 Dann müssen wir das jetzt wohl hinnehmen. Warum bitte Dinge, die da kommen? Ja. Ja. Das ist. Ja. Das ist hier. Haben wir ein Leerzeichen vergessen? Er kann es spüren. Tja. Ja, wir müssen Iris finden. Nose Restos. 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 Na ja, großartig auf den Kampf vorbereiten müssen wir uns jetzt nicht mehr. Aber speichern werden wir trotzdem mal. So, ready or not, here we are. Ah, lass mal Set, das machen wir's lieber alleine. See, wie raus ist hier. 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 Vielen Dank. 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 Was zum Teufel? Jetzt sagt mir bitte nicht, dass ihr diese Szene... Nein, oder? Sag mir bitte, dass ihr diese Szene jetzt nicht einfach geschnitten habt. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein, oder? Leute? Nur wegen dem Lied haben die Szene... Was? Boah, ich... Boah, ich... Boah, das ärgert... Das ärgert mich jetzt aber echt... Das ärgert mich jetzt echt total. Jetzt haben die... Ich rast... Ich rast... Ich rast... Und meine... Und meine Waschmaschine rastet auch gerade aus... Ich rastet mich... 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, okay. Boah, naja, das fuchst mich jetzt echt sowas von gerade. So, ich sehe ihn jetzt echt irgendwie mal gerade eine Mail reinschäben. Diesen Pennern. Diese scheißverdammten Kopfhörer, die scheiße. Ja, ich lasse das Video runter und schneide das hier irgendwie mal rein, dass ich mir bräuchte. Penner, ey. Schwenkmeister. Schwenkmeister. Und dann auch los geht's. Ja, ich lasse das. Ja, ich lasse das. Ja, ich lasse das. Ja, ich lasse das. Richtung Norden, über die Schneefelder, dann mal hinterher. Kann man da jetzt noch mal ran? Irgendwo gab es den Weg, verdammt nochmal, ich fang mal nochmal in die Klitzentruhe ran. Wenn ihr links dann hier vorbeigeht und hinten rumpen sie rum, ah ja, funktioniert nur irgendwie nicht. Kommen wir nicht an der Vertreterung an. Ah, jetzt. So einfach. So einfach. Oder auch nicht. Ich habe hier echt so ein bisschen Orientierungsprobleme manchmal. So einfach. So einfach. So einfach. So einfach. So einfach. So einfach. Und dann mal eine Socke für Sie zu перемen. So einfach. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Gernix, kaufen, 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 oh, bringt das überhaupt noch was, ich glaube fast nicht, lasso, das kann man glaube ich lassen. Ah, das Snowboard, genau, schluchz, jamma, jamma, schluchz. Gernix! 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 Ne, die alte gibt es leider wirklich und die müssen wir irgendwie finden. Oh, oh, oh. Oh, ein Nulles-Pole. Oh Gott, Leute. Wo liegt ein Nulles-Pole? Oh Gott, Leute. 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 Oh Gott. 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 Vielen Dank. 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 So, wir haben die Karte. So, wir haben die Karte. Wir haben die Karte. Wir haben die Karte. Wir haben die Karte. Wir haben... 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 Ah, ich hab nichts dann zu gemeint. Ah, ich hab nichts. 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 So. 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 Und tschüss. So, jetzt wieder das ganze zurück. So, jetzt wieder das. Das war's für heute. 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 Nein, verdammt. Das war's. Das war's für heute. 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 So. Das war's für heute. 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 So. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.